Mirjam Güßling, Stern 2. Mai 1987, ist eine ehemalige Schweizer Radrennfahrerin. 2012 belegte Mirjam Güßling bei der Schweizer Meisterschaft im Omnium auf der Bahn Rang 3. Im Jahr darauf wurde sie Dritte der Berner Rundfahrt. 2014 errang Güßling den nationalen Meistertitel im Straßenrennen. Im Jahr darauf bestritt sie ihre letzten Rennen.